Oh shit. Was ist denn los? Oh ja, da kommen wir doch auch ran. Nein, nein, nein. Ah, hoi, Freunde. Ich berühre euch zu einer neuen Folge Minecraft Ones. Ja, man sieht. Wieder meine Schuld. Im Server-Screen. Und diesmal haben wir einen neuen Gastspieler dabei, den Mampfkuchen. Sag Hallo. Hallöchen. Ja. Er hat's auch geschafft. Ihr könnt's auch schaffen. Wahrscheinlich. Gucken, wie lang das Projekt noch geht. Nicht so langsam geht jetzt echt die Puste aus, so oft wie wir sterben. Naja. Ja, man. Ich würd mal sagen, wir joinen auf den Server. Diesmal war ich schneller, hoffentlich. Nein, verdammt mal. Wir hatten jetzt wieder schneller geklickt als ich. Ich hab jetzt gerade erst draufgeklickt und bin jetzt drauf. Verdammt. Hä? Ihr seid zu schlecht, Alter. Alter, bei mir kommt Fruddelt. Da steht Fruddelt. Da steht Fruddelt. Das heißt, ich join mit dir gleichzeitig. Das könnt ihr nicht sehen. Und was für ein Biom ist es? Oh. Oh, ich hör nen Bären, Alter. Ich hör jetzt ne Ziege. Ich hör nen Bären, der direkt neben mir steht. Hallo. Hi. Hallo. Oh ne, die Ziege. Also, ihr müsst aufpassen, die Ziegen werden automatisch aggro und so. Hä? Ja, ja, ich wurde auch mal angegriffen mit einer Ziege. Okay, dann lass ja gehen. Warte, erstmal die, äh, genau, die ganzen Achievements sammeln. Äh, achso, stimmt. Scheiß. Och man, jetzt muss ich wieder ein Holz abfangen. Ich vergesse immer das in der Tower abzumachen. Äh. So, jetzt Holz abfangen. Geil. So, ihr könnt jetzt wieder Wetten abschließen, wie lang wir leben. Eine Folge. Boah, bitte nicht. Alter, mal den Teufel nicht an die Wand. Doch, 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 doch. Da unten. Da ist ein Hase. Geil, Alter. Ähm. Ich hab grad gut gegessen, Alter. Mein Mausbild ist voller Cola. Die Siegesschwanzen schwinden dahin. Oh, genau. Ich hab jetzt auch schon Stein. Boah, nice. Nice, da ist er. Ey, weh, du stirbst jetzt, Lotharian. Ey, ich hab die Ziege gekillt, Mann. Ja, du weißt schon, dass sie viel Damage macht. Ja, hab ich kein einziges Mal berührt, Alter. Alter, bist P4P-brüben. Ich bin jetzt auch ein Stein, ey. Ich bin P4P-brüben. Warte. So, noch das hier machen, damit ich das Achievement bekomme, gell? 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 Ach, Leute. Aber wir sollten uns gleich mal nach Schafen umschauen oder so, ne? War gar nicht schlecht. Danke für den Stein. Das war meine. So, ich guck mich immer schnell um. Ich seh natürlich nichts. Warte mal. Der Baum. So. Komm, jetzt Steinslime, dass ich wieder ein Herz bekomme, gell? Bitte. Bitte Steinslime. Bitte komm. Mir musst du doch Schafe geben. Töte mich. Wer hat mich dazu gebaut? Ich nicht. Ich hüpfe ganz brav auf den Bäumen. Ich seh kein einziges Schaf, gell? Ernsthaft. Lol. Jetzt hat's geleckt. Oh, da ist ne Schnecke süß. Aber mir leckt's nicht mehr, alter. Geil. 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 Du brauchst jetzt mal e fresh n Essen, ne? Sie geht's hier? Ja, wo rennt ihr denn hin? Wo seid denn ihr? Ja, ich renn hier mal aufs Feld raus. Und hab nen Waschbärer. Äh.. Oh, Gott. Ich seh dich. Ich bin hinter dir. Ich hab Kühe gefund, aber sonst auch nix. Ach, a я. Ich renne jetzt nicht, Alter. Ich will kein Essen verlieren, Mann. Oh, scheiße. Ich hab schon eins. ich habe schon eine hungerkeule verloren kommst du mit meinem kuchen ja freut mir lieber ich habe schafe gefunden ich habe schafe gefunden ja wir brauchen bei essen junge ja ja das sind doch kühe und schweine machen wir haben wir auch schon warte da lasst du lasst die lottare gehen warte ich mache mich warte ich mache mich mal schnell bemerkbar und zwar in welche richtung bist du denn gerannt ich höf jetzt gerade hier um irgendwie rum ich sehe dich hat nicht und geben auf die geht mal auf die bäume und sind im inneren räume so gut verloren gegen ich kann nicht mehr da ist man kuchen ist ja und da also ich bin jetzt gerade auf einem baum und hüpft die ganze zeit und vor die essen jetzt seht ihr den zauberwald oder ja ich sehe den zauberwald nicht dahin von dem weg waren warte mal ich lauf mir da vor in richtung grenze vom zauber nicht nur könnte kann kannst du doch mal zu sparen komme ich finde ja ja ich komme zurück beim vorsagen lassen ich würde hier noch gerne pilze aufbauen weil die sind ja auch hat gerade jemand zufälliger weise in ofen also ich bin jetzt am spawn ja ich bin eigentlich auch wieder da als ich sehe dich jetzt ich bin hinter die falsche richtung auch hier hast du einen ofen oder so ich könnte aber ein machen solche machen ja mach mal bitte 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 hier ich bin auch einen steinschwert machen geile scheiße wir sind wieder am spawnen mann buchen also fast wo waren jetzt die weide sind da irgendwo oder bleibt mal hier ich bringe ich bringe uns zum sumpf das sind ganz viele tiere und schafe wir brauchen unbedingt schafe wir haben fast keine zeit mehr doch doch dann kommst du zurück ich bin schon auf dem weg brauchst du essen ein bisschen was ja ein stück oder so danke ich bin jetzt gerade am spawn ja ok ich sehe den namen ja 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 komm zu uns da da genau und jetzt da lang ok kommen sie alle lottari nach alle den piraten nach naja davon ist eben sumpf das sind ganz viele kühe schweine schafe auch das heißt wir können uns wetten machen das ist ganz wichtig das sind auch ganz viele lottari schön wärst du aber dass die höhle vorsichtig nicht runterfallen da ist der sumpf jetzt und da kommen auch die schafe und so eine kacke und braune pilze sind auch gut und eine schlange ist da auch und nicht lange da sind ganz viele braune pilze also viele tiere sehr viele schlangen ja muss aufpassen also da ist ein schaf aber ich treffe die schweine nicht bin ich weiß zwei schafe aber wir haben noch kein böses tier gefunden hat ja die schlagen jetzt glaube ich sehr passen wir hatten am anfang haben wir viel pech gehabt mit den tieren ja aber mega also leute wir brauchen noch ein paar schafe oder ist ein komodobaran leute passt auf ja aber das ist nicht agro oder ja die sind aber mega oder sind kühe warte ich nur die zwei komodobarane machen ja ich mache dich einer schon fertig ja ja du musst erst mal aus dem game war weg ist nicht voll stark wie im richtigen leben ja das ist mir doch die schweine wir brauchen noch ein paar schafe ja ich sehe halt keine schafe ja ich habe jetzt nur ein paar erwischt naa oh fuck oh shit oh shit was ist los ohja der komodero an nein 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 oder warte ich komme zu dir ich komme zu dir wo bist du? oh manfi pass auf! oh Gott ich bin doch im halben, ich bin auf nemm halben herz Geh weg, geh, 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 weg ich komme zu euch. Er ist schon tot, achso er ist schon tot, ok dann geht einfach auf Ah ist er tot? Ja ich habe ihn gekämmt. Oh Leute aber.. jagt mir doch nicht so einen, geht einfach weg von da Geht einfach weg von da. Ja, der ist einfach auf mich losgegangen. Ja, die sind jetzt hier halt doch aggro oder so. Wir müssen doch irgendwo Schafe sein. Wir brauchen unbedingt Bett. Wie jeden. Ich bin dafür, dass wir nicht hier im Sumpf bleiben. Ja, wenn, dann müssen wir auf einem Baum hoch. Da vorne sind noch Schafe. Dann hol sie dir das so schnell, bis es geht. Ja, aber ich muss ja durchs Wasser. Ja, ich seh sie auch. Ja, ich geh jetzt auch durchs Wasser. Hier hat sogar was getrocktene Haut. Hier ist auch überall Zuckerrohr und so, ne? Mhm. Ich geh zu den Schafen, ich geh zu den Schweinen rüber. Ja, okay. Okay, es wird schon Nacht langsam, aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit für Betten machen, ja. Ja, aber da ist nur ein Schaf. Ach, verflucht. Ja, dann fehlen noch fünf, wenn ich mich nicht verzählt hab. Ja, da war nur ein Schaf. Ach, kacke. Ja, wir müssen uns, glaub ich, schon einbauen. Oder? Ja, wir brauchen Fackeln. Ja, lass einfach Holzkohle oder sowas machen. Warte, vielleicht fehlen dich noch. Ja, ich hab Schafe gefunden. Ja, ja, ich auch. Achso, eins hab ich. Ja, ich hab genug, ich hab genug. Zwei. Drei. Ja. Ja, hab alle, hab alle, hab alle. Ja, ich nehm auch grad alle mit. Okay, jetzt müssen wir uns sputen. Wo sind alle? Äh, ich bin beim Ampfkuchen. Ja. Ah, da drüben, ja, ich komm auch. Warte. Äh, lass uns hochbauen, oder was? Ja, genau, lass uns ein Problem bauen, genau. Erstmal im Bett machen, ich mach mir erst mal schnell im Bett. Ja, toll, komm einfach, komm einfach zu uns. Warte, warte, ich mach mir nur schnell im Bett. Komm jetzt. Hat ihr dein Bett? Ne, ich hab noch keins, aber lass erstmal hier einbauen. Komm rein. Hast du Fackeln? Ne. Aber es wird schon nix spawnen, hoffentlich. Mach jetzt, geh mal weg. Ich hab selber schon heißen. Ja, ja, aber lass erstmal, warte, ich mach uns zu uns Betten craften. Mach mal Platz für Betten. Ich hab hier schon mal... So, zwei Betten muss ich noch machen, oder? So, eins hab ich. Mir fehlt eine Wolle, hast du die Wolle noch? Das Harry? Die hier. Also ich hab... Wer braucht noch ein Bett? Ja, ich brauch noch eine einzige Wolle. Ja, hab ich dir grad zugebracht. Aha, ist wieder gebackt, oder was? Ja, dann schmeiß ich mal alle raus. Danke. Na ja, der Block über uns muss auch frei sein, sonst... Ja, ja. Nein! Mach zu, mach schnell zu. Ja. Das ist in der Höhle, oder? Okay, gut. Aber eh, über uns ist Wasser, wir müssen eins tiefer. Äh, ja, dann lass uns ein bisschen tiefer. Oh, vorsichtig, du bist mir fast in die Hacker. So, okay, so, passt schon. Und jetzt, jetzt hier die Betten hin. Hier die Betten hin. Rotary? Ja, 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 ja. Hier, jetzt alle ins Bett hin, mal. Guck, guck, guck. Einfach, einfach, einfach ins Bett, ins Bett, Leute. Oh, ho, 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 ho. Alter. Okay. Oh, geil, warst du ein Frey und Dankeschön. Oh, wir haben es geschafft. aber mega viel essen ja ja ich habe die ganze schweine geklopft ich hab auch ich hatte auch irgendwie 23 fleisch oder so also habe ich noch holz 23 schweinefleisch 16 rohes rindfleisch und drei rohes hühnchen ich nehme mein bett wieder mit ok du hast es jetzt können wir wieder hoch ja ich würde nach oben aber warte kurz das ist ein slime wenn der jetzt rein springt na ja das ist ein slime warte ist die vogel mich erschrocken alter dann lass wieder weggehen ja ja lass uns doch die ganzen schweine sammeln und so wir sind überall säue zu machen warte ich nehm noch ein bisschen so ich habe jetzt unterwegs verschwitzt das zuckerraum mitzunehmen wo ist denn der slime packt hier irgendwo oder stimmt auf dem baum oder die baumsleine da unten ist zwar im wasser ok kübel so oder sonst gehört unser baum geil herr könnt ihr nicht hoch können wir können nicht schwimmen oder was die lappen ist komodo war noch noch übergeil weg ja ja nee der jetzt jetzt hat er mich getargett leute und junge alter geht einfach weg ja da kommt mir hinterher wir müssen den töten ihr müsst den töten war ohne witz der macht jetzt mega damage gell die sau der hat zwei herzen und dann halt noch das komodo nicht nicht ausbrüten nicht ausbrüten die dinge werden aggressiv wenn du dich nicht drum kümmern musst aber da ist das leim hier ist ein sehr großer slime aufpassen die drücken immer sehr groß schaden dass ich doch das sind noch mehr schweine doch noch mal den ofen haben wir waren noch mal das loch hat da vorne die trocken mega viel fleisch das ist echt eine gute erste folge ohne wird geht dann ich nehme alles mit ja dann lass einfach weg ja ich will noch wie die ganzen säulen so oben auf dem baum schicken kann man auch schon mitnehmen falls wir das überhaupt bis zum end schaffen sehr optimistisch natürlich muss man doch irgendwie sein also ich bin jetzt hier gerade an der weiten grenze okay ich seh dumme naja wo bist du ins wasser gefallen erst mal zu machen hier dass wir mal rauskratzen schlagen da ist ein komodo war dran ja geh weg ja ich bin nicht in deiner reichweite da wissen wir wollen wir hin ah da ok super oh guck mal knochenpfeile geil warte braucht ihr essen ich hab ein bisschen was zu essen ich hab noch zwei stück also noch habe ich keine ohne wildsau was aber drauf gehen und dahinten hat sich das komodo war waren alles war die sauerlich getroffen geht bitte weg geht bitte auch noch wer essen ich hab noch wie viel hast du insgesamt ich hab halt das hier und das hier vier stück von bern also ich hab noch 17 roh schweinefleisch ein wie froh und noch vier chicken roh ich hab ich habe 32 rohes rindefleisch boah geil ne äh schweinefleisch und 16 rindfleisch so verhungern werden wir nicht ne ich hab genug oh lol Alter lol wie die abgehen oh lol ich hatte sie sogar beider geschlagen oh da ist das zuckerrohr hast du hast du schon zuckerrohr oder ne ich hab's voll verschwitzt gehabt vorhin oder nehm ich das mit boah pass auf die wildsau die machen auch gut mit na ich scheiß auf die geh weg ja ja sag ich doch oh leute seid ihr low ja das geht ja da ist ein junges gewesen guck mal da ist ein junges deswegen ja was viele da sind ja lass weg lass weg einfach hier lang oh nein hier gibt's überall nur drecksviecher ja hier hier sind wir halbwegs safe glaube ich ja 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 ey die folge ist nämlich auch schon wieder rum ne wir sind ziemlich pünktlich ja wir sind schon 15 minuten überschritten 16 minuten treffern gut ich auch grad da bedanke ich mich fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst daumen nach oben da wie gesagt wettet wie lange wir überleben morgen um 12 Uhr geht es weiter beim daumen auf dem kanal nicht verpassen wenn ihr wissen wollt warum wir jetzt hier gelandet sind dann könnt ihr bei der gestrigen Folge beim Dome reinschauen und ja alle sind in mir ja geiler bis morgen dann ciao tschüss hallo